Du wolltest schon immer wissen, wie man Mohair-Fäden verfilzt? Dann solltest du jetzt ganz genau aufpassen. Lege die Fäden 3-4 cm überlappend aufeinander und die Enden dann mit den Fingern fixieren und mit etwas Speichel befeuchten. Anschließend das feuchte Garn auf die Handflächen legen und mit der Hand reiben und somit verfilzen. Zum Schluss noch den Faden eindrehen.